Musik Dillenburg, Februar 1959. Auf dem Waldfriedhof wird die Urne des bekannten Wunderheilers Bruno Gröning beigesetzt. Er war am 26. Januar in Paris gestorben. Der Mann, der 1949 zur Sensation und zum wissenschaftlich diskutierten Phänomen geworden war, war tot. Seine Feinde atmeten auf, seine Anhänger zerstreuten sich. Das Phänomen Bruno Gröning schien beendet. Musik Rückblick. Herford 1949. Erster Massenansturm auf Gröning. In der Menschenmenge spielen sich unglaubliche Szenen ab. Blinde können wieder sehen, Lahme wieder gehen. Musik Vom Balkon aus spricht Gröning zu den tausenden Heilungssuchenden. Er sagt unter anderem, Aufzuhalten ist es nicht. In der ganzen Welt soll sich die Heilung vollziehen. Musik Rosenheim, Herbst 1949. Der Traberhof wird zum Weltereignis. Immer mehr Menschen drängen zu Bruno Gröning. An manchen Tagen sind es bis zu 30.000. Wenn man auf dem Balkon stand, dann sah man nur Menschen. Es wimmelte von Menschen. Unvorstellbar. Diese Fülle. Ich sage Ihnen, es war schwer, überhaupt an das Haus hinzukommen. Und dann passierten dort dann eben auch vielleicht noch in größerem Ausmaß die Heilungen. Man hat immer den Eindruck, je mehr Menschen, je mehr Heilungen. Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Grönings gefolgt. Und sind aus den Rollstuhl aufgestanden und haben in den Rollstuhl selbst geschwommen. Das habe ich gesehen. München 1955. Anklage gegen Bruno Gröning. Unter anderem wirft man ihm vor, gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen zu haben. Der Prozess zieht sich über vier Jahre hin. Ein endgültiges Urteil wird nie gesprochen. Der Grenzwissenschaftler Prof. Josef Hohmann verfasst eine Verteidigungsschrift für Bruno Gröning und prophezeit. Seine Wundererfolge sind so einmalig, dass er bereits zu einer historischen Persönlichkeit emporgewachsen ist. Kommende Generationen werden sich mit ihm und seinem Werk beschäftigen. Die österreichische Lehrerin Grete Häusler wurde 1950 bei ihrer ersten Begegnung mit Bruno Gröning von drei unheilbaren Leiden geheilt. Später fragt sie ihn einmal, wie es sein würde, wenn er nicht mehr als Mensch da sei. Und dann sagt er das wichtige Wort. Sterben müssen alle Menschen. Ich werde auch sterben. Den Körper wird mir in die Erde legen, aber ich werde nicht tot sein. Und wer mich dann rufen wird, komme ich und helfe weiter. Und wenn es so weit sein wird, dann wird jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erlangen. War das nun alles vergessen? Hatte Gröning, wie so viele Heiler vor ihm, seine Kraft mit ins Grab genommen? War die Hoffnung unzähliger Kranker nun endgültig zunichte geworden? Oder sollte das unfassbare Wirklichkeit werden? Duisburg, Anfang der 60er Jahre. Grete Häusler wohnt mittlerweile im Ruhrgebiet und hat eine Hilfe im Haushalt. Ihre Putzfrau ist auf einem Auge blind und das schon seit 14 Jahren. Und sechs Ärzte, und zwar Fachärzte, sagten ihr, sie wird nie mehr sehen können. Und eines Tages staubte sie ab und das Bild von Bruno Gröning fiel aus der Hand dabei und Scherben. Sie sagten, wissen Sie, wer der Mann ist? Sie hielt das Bild zu ihrer Hand und die Scherben am Boden. Nein. Dann sage ich, das ist Bruno Gröning. Und durch den habe ich die Heilung erlebt. Sie guckte aufs Bild und sagte, was ist jetzt? Ich spüre so wie einen elektrischen Strom von den Füßen bis zum Kopf. Da hat sie in dem Augenblick die Heilkraft das erste Mal empfangen. Und dann habe ich ihr erzählt von Bruno Gröning, wie ich ihn erlebt habe. Dritten Tag darauf kam sie wieder und sagte, Frau Häusler, ich sehe. Heute früh konnte ich Eiter von meinem Auge wegwischen und seitdem sehe ich alles. Luma 1979. Grete Häusler gründet den Bruno Gröning Freundeskreis. Sie will das Erbe des Wunderheilers für die Nachwelt erhalten und den notleidenden Menschen die Möglichkeit der Hilfe und Heilung bieten. Zunächst ist es nur eine Handvoll Gleichgesinnter. Doch Ende der 80er Jahre beginnt ein rasantes Wachstum. Heute ist der Bruno Gröning Freundeskreis eine der größten weltweit tätigen Vereinigungen zur Heilung auf geistigem Wege. In den letzten Jahren wurden tausende Erfolgsberichte gesammelt. Heilungen von Asthma, Rheuma und Multiple Sklerose, Neurodermitis, Krebs und Angina pectoris. Rodenburg an der Fulda, Herz-Kreislauf-Klinik, Februar 1992. Christa Nehm hat Angina pectoris. Ihre Herzkranzgefäße sind an mehreren Stellen bis zu 90 Prozent verengt. Er wird ein großer Herzkatheter gesetzt. Plötzlich ein Infarkt, Herzstillstand. Noch im OP wird sie wiederbelebt. Und als ich auf der Intensivstation zu mir kam, sagte der Arzt zu mir, wir haben eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht für sie. Die gute Nachricht war, dass man eine Engstelle etwas öffnen konnte. Und die schlechte war, dass es durch den Herd steht, dann zu einem Vorderwand-Impfarkt gekommen war, einem großen Vorderwand-Impfarkt. Und das bedeutete für mich, dass alles noch viel schlechter war als zuvor. Ich bin dann entlassen worden mit den Worten, wir können weiter nichts für sie tun. Ich konnte dann nur noch zwei Treppenstufen steigen. Ich musste stehen bleiben, mich ausruhen. Es fiel mir, ich konnte meinen Haushalt nicht mehr verrichten. Ich konnte einfach nur noch da sitzen und grübeln. Und ich war damals sehr verzweifelt, habe oft geweint und wollte auch nicht mehr leben. Bei der Teilnahme an dem Herz-Kreislauf-Training war sie zu dieser Zeit nur mit 15 Watt belastbar. 15 Watt bedeutet ein langsames Gehen auf einer Ebenenstrecke. Also eine minimale Belastbarkeit. Und so gingen zwei Jahre ins Land. Und da hörte ich durch meine Schwiegertochter vom Bruno Gröning Freundeskreis. Und sie sagte, willst du nicht mit mir da hingehen? Vielleicht bekommst du da Hilfe. Und ich wollte damals eigentlich gar nicht mit. Ich habe gesagt, die Ärzte haben gesagt, was kaputt ist, ist kaputt. Das kann man nicht mehr reparieren. Aber ich bin dann doch irgendwann mit zu einer Einführung. Und dort hörte ich was von der göttlichen Heilkraft und dass man sich darauf einstellen kann und dass man auch gesund werden kann. Im Jahre 1994 wurde Frau Nehm im Herbst wohl eingeführt in die Lehre von Bruno Gröning. Und für mich als Arzt ist es erstaunlich, dass nach kurzer Frist, das heißt bereits im Januar 1995, Frau Nehm wieder voll körperlich belastbar war. Und von dem Moment an konnte ich frei atmen. Und ich bin nach Hause gegangen den Abend, überglücklich. Ich konnte dann nämlich nicht nur zwei Treppenstufen laufen, sondern 30 Treppenstufen auf einmal, ohne irgendwelche Beschwerden, ohne Luftnot, ohne alles. Und ich habe von da an dann meinen Haushalt wieder tun können. Ich konnte Fenster putzen, Betten beziehen, Staub saugen. Ich bin in die Berge gewandert. Ich habe Gartenarbeit verrichten können. Und alles, weil ich diese Kraft immer aufgenommen habe und glauben und vertrauen konnte, dass alles, was da gesagt wird, stimmt. Tatsache ist für mich, dass Frau Nehm durch die Lehre von Bruno Gröning von diesem schweren Herzleiden befreit wurde. Und wir sehen in einer Nachuntersuchung, dass sie wieder voll belastbar ist, das heißt im Belastungs-EKG ohne Probleme bis 75 Watt. Und bei einer Ventrikulografie ist die anfänglich auf 26 Prozent geminderte Pumpleistung des Herzens nun auf 52 Prozent angestiegen. Ein für ihr Alter vollkommen normaler Wert, der nun auch die Heilung dokumentiert. Und für mich als Arzt ist diese Heilung wissenschaftlich nicht zu erklären. Kaiserslautern, 1992. Als Dr. Gerhard Blättner zum ersten Mal vom Bruno Gröning Freundeskreis hört, ist er mehr als skeptisch. Nach über 30 Jahren medizinischer Praxis als leitender Belegarzt und niedergelassener Facharzt hält er die Beschäftigung mit solchen Themen für unseriös. Zum Bruno Gröning Freundeskreis bin ich gestoßen durch meine eigenen Patienten, die hinter meinem Rücken im Bruno Gröning Freundeskreis Hilfe gesucht und gefunden haben. Und eines Tages als geheilte, glückliche Menschen vor mir standen in meiner Sprechstunde. Und nachdem mir im Laufe der folgenden Monate immer wieder neue Heilungen zugetragen wurden, wurde ich neugierig und habe meine Frau als Begleitperson einer Patientin in eine Gemeinschaftsstunde geschickt, um mir zu berichten, was dort passiert. Meine Frau hatte gerade eine sehr schwere Polyarthritis hinter sich und stand immer noch unter relativ hohen Kortisondosen und Antirheumatika. Und es ist uns nicht gelungen, die Kortisondosis unter eine bestimmte Dosis zu reduzieren, ohne dass es zu einem Krankheitsrezidiv kam. Und meine Frau hat in dieser Gemeinschaftsstunde ein sehr angenehmes Wärmegefühl empfunden und ein Ameisenlaufen in den Gliedern und hat mir von dieser Stunde sehr positiv berichtet. Und es ist uns in der Folgezeit innerhalb weniger Wochen gelungen, die Medikamente stufenweise zu reduzieren und schließlich komplett abzusetzen, ohne dass es zu einem Krankheitsrezidiv gekommen ist. Und das hat mich dann als Arzt überzeugt und ich habe dann mich der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe des Bruno Gröning Freundeskreis angeschlossen und auf eigene Faust recherchiert, indem ich Erfolgsberichte überprüft und schließlich dann später auch dokumentiert habe. und habe mich dabei überzeugen können, dass Heilungen auf geistigem Wege Realität sind. Und bin schließlich auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es kein Unheilbar gibt. 1995 ging ich zu meinem Hausarzt wegen sehr starken Rückenschmerzen. Er schickte mich zu einem Facharzt zum Röntgen. Dort wurde festgestellt, ich habe Osteoporose, Knochenschwund im fortgeschrittenen Stadium. Ich bekam eine Hormontherapie. Die Schmerzen wurden immer schlimmer. Nichts hat geholfen. Ich wusste nicht mehr ein und aus. Es war dann so, dass Frau Fischer die Hormontherapie nicht vertragen hatte. Sie erlitt eine Thrombose am Unterschenkel, musste abgesetzt werden, die Hormontherapie. Und auch die Calciumtherapie wurde von ihr nicht vertragen. Auch die